B-Filme B-Filme zeichnen sich im Gegensatz zu A-Filmen insbesondere dadurch aus, dass sie mit einem sehr geringen Budget gedreht werden und zudem allermeist niemals den Weg ins Kino schaffen, obgleich es hierbei auch wenige Ausnahmen gibt. Allerdings laufen jene B-Filme dann nur ein-, zweimal in ausgewählten Filmtheatern. Zumeist jedoch werden diese bittig gedrehten B-Filme nach der Produktion sofort TV-Sondern zur Ausstrahlung angeboten oder finden sich direkt auf DVD, Blu-Ray oder aber Streamingdiensten wieder. Bei B-Filmen wird sehr wenig auf Qualität geachtet, da dies umso mehr Produktionskosten nach sich ziehen würde. So werden beispielsweise Szenen, die normalerweise wiederholt gedreht werden müssten, schlicht und einfach beibehalten. Und auch die Drehorte sind dementsprechend spartanisch ausgestattet. Beziehungsweise dreht man mitunter auch an Filmsets von bereits ausgestatteten A-Filmen, da dies Produktionsfirmen von B-Filmen oft kostengünstiger kommt, als würde man diese eigens herstellen oder bei dementsprechenden Firmen anmieten müssen. Der Ursprung sogenannter B-Filme lässt sich ab den 1930er Jahren wiederfinden, als man aufgrund der Weltwirtschaftskrise dazu gezwungen war, so kostengünstig als nur irgend möglich Filme zu produzieren. Allgemein wird den meisten Filmen dieses Genres nachgesagt, dass es sich bei diesen aufgrund ihrer minimalistischen, oft auch dilettantischen Herstellungsweise zumeist um Trash-Filme handelt, was oft zutreffen mag, jedoch nicht verallgemeinert werden sollte. Zumal man nicht vergessen darf, dass damalige, sowie heutige A-Schauspieler wie John Wayne oder aber auch Jack Nicholson einst ebenfalls bei B-Filmen mitwirkten, bevor sie zu A-Schauspielern aufstiegen. Des Weiteren sollte nicht unerwähnt bleiben, dass viele jener B-Filme heutzutage einem enormen Kultstatus unterliegen und sowohl bei Sammlern als auch Cineasten einen hohen Stellenwert einnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017